Hallo liebe Kiket-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Kiket-Version 8. Hallo liebe Lehrgangsteilnehmer, in diesem Video möchte ich euch hier die elektrischen Regeln im Schaltplan nochmal zeigen. Und zwar hatte ich ja gezeigt, ich mache das hier an dieser Stelle nochmal zu, ich hatte ja gezeigt, was passiert, wenn wir jetzt hier dieses Powerflake entfernen und wir lassen mal unseren ERC-Check laufen, dann sehen wir hier, dass wir ein Problem haben, nämlich hier an diesem Pin, dass eben jetzt ein Fehler auftritt und das hängt hier an diesen elektrischen Regeln. Ich kann also, welche Fehler hier angezeigt werden, kann ich hier bei diesem Verstoß der Schweregrade einstellen. Und ich habe jetzt hier den Input-Power-Pin, wird von keinem Output-Power-Pin angestellt, ist ein Fehler. Wenn ich das jetzt, diese Warnung auf Ignorieren setze und sage, okay, und lasse jetzt hier meinen Test wieder durchlaufen, dann sehen wir, ist unser Schaltplan in Anführungsstrichen okay. Also ich habe den Fehler damit weggemacht, aber der Fehler ist trotzdem eigentlich noch da, weil ich denn hier, weil hier das Powerflake eben weg ist. Ich sehe, dass auch hier welche Tests ignoriert wurden, eben dieser Input-Power-Pin und Output-Power-Pin wurde ignoriert. Deshalb sollte man wirklich wissen, was man tut, wenn man hier an diesen elektrischen Regeln solche Fehler ausschaltet. Ich kann das ja jetzt hier überall aus- oder einschalten, eben zwischen Fehler, Warnung oder Ignorieren. Die Grundeinstellungen von KeyCAD sind hier, so wie sie hier sind, schon gut gewählt. Einzig und allein ist das SPICE-Modell. Das SPICE-Modell sind sogenannte Simulationsmodelle. Ich kann nämlich mit KeyCAD nicht nur Platinen erzeugen und Schaltpläne zeichnen, sondern ich kann meinen Schaltplan auch wirklich virtuell simulieren. Das heißt, ich kann virtuelle Spannungen anlegen, Signale anlegen und dann mir dort mit Simulationsmodell die ganze Schaltung durchsimulieren und prüfen, ob sie funktioniert. Dazu muss ich aber jedem Bauteil ein SPICE-Modell zuordnen. Das führt an der Stelle zu weit. Deshalb hier diesen Test würde ich auf Ignorieren setzen. Das macht an dieser Stelle wirklich Sinn. Standardmäßig ist er hier auf Warnung. Ich mache ihn mal ein und dann lassen wir hier unseren ERC-Check mal laufen und dann sehen wir, dass jetzt zwar keine Tests mehr ignoriert wurden, aber wir haben jetzt für alles hier diese Warnungen, dass eben zum Beispiel für die LED hier kein SPICE-Modell hinterlegt wurde. So, das müsste ich jetzt erst mal alles eingeben. Ja, und wir haben natürlich immer noch unseren Stromversorgungspin, unseren Fehler wieder. Gehen wir mal raus, machen wir unseren Schaltplan wieder schick. Wir gehen hier unten auf SPICE-Modell-Problem auf Ignorieren. Das können wir so lassen. Dann sagen wir OK. Gehen hier unten drauf mit STRG-C, STRG-V, kopieren wir uns das mal. Taste R einmal rumdrehen, setzen wir hier oben den Powerflag wieder dran, speichern mal kurz ab und lassen unseren Check nochmal laufen. Und dann sollte das hier wieder fehlerfrei sein und wir haben hier den einzigen Test dieses SPICE-Modell-Problem Ignorieren. erst einmal dabei belassen. So, was haben wir noch? Wir haben noch hier die sogenannte Pin-Konflikt-Matrix. Das heißt, hier kann ich in dieser Konflikt-Matrix werden dann auch entsprechend Fehler erzeugt in meiner Ausgabe, wenn ich eben zum Beispiel Eingangspins und Ausgangspins aufeinander setze. Ich kann also hier draufklicken, jetzt würde das also, wenn ein Ausgangspin auf ein Eingangspin trifft, würde das eben jetzt eine Warnung erzeugen oder eben ein Fehler. Je nachdem, wie ich draufdrücke, kann ich das jetzt eben setzen. Machen wir zum Beispiel mal hier passiver Pin auf passiver Pin, machen wir mal eine Warnung draus. Wenn ich das jetzt so sage, okay, dann würde jetzt also ein passiver Pin auf diesen passiven Pin oder dergleichen eine Fehler erzeugen. Schauen wir mal, was jetzt dabei rauskommt. Ich lasse es mal laufen. Dann sehen wir jetzt hier, haben wir also zum Beispiel, dass eben passiv auf passiv verbunden wurde. Ja, wobei das in dem Fall nur mal zur Demonstration dienen soll. In dem Fall wäre es ja trotzdem richtig. Wir gehen hier wieder zurück, setzen das hier wieder raus auf grün. Das ist ja hier in Ordnung. Sagen dann okay und lassen nochmal unseren ERC durchlaufen. Und so ist unser Schaltplan auch wieder richtig. Also bitte aufpassen, wer hier drin rumspielt, bitte darauf aufpassen, dass diese Matrix hier auch sinnvoll gewählt wird. Ich kann natürlich mir schon Warnungen oder Fehler ausgeben lassen, aber auch diese Matrix ist von ihren Grundeinstellungen eben schon eigentlich recht sinnvoll gewählt. Bisher hatte ich damit noch nie Probleme. Was ich noch machen kann, wenn ich das jetzt hier ändere und ich gehe nochmal hier raus und wieder rein, dann achtet mal hier auf diese Änderung, die ich hier gerade gemacht habe. Hier an dieser Pin-Konflikt-Matrix habe ich den großen Vorteil. Ich kann hier auf die Standardwerte zurücksetzen. Dann wird das wieder so, wie das eigentlich von den Standardwerten her gesetzt wird. Kann ich also meinen gegebenenfalls gemachten Fehler wieder beheben. Bei dem Verstoß der Schweregrade ist das so nicht möglich, dass ich das auf die Standardwerte zurücksetze. Da muss ich mir also schon wirklich vorher merken, was ich da wohin verschoben habe, wenn es denn zu Problemen kommt. Und hier an dieser Stelle nochmal der Hinweis, diese Einstellungen, so wie sie hier sind, sind schon so sinnvoll gewählt. Ich habe damit noch nie Probleme gehabt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.